Servus die Malung und grüß euch die Buben. Wie ihr es vielleicht an dem Intro erkennt habt, das ist mein erstes Video zu meinem Urwaldkochen mit Dschungel Carlos und das solltet jetzt mal schön langsam anrühren. Ob es was wird oder nicht, weiß ich nicht. Entscheidet sich eh so, wie weiterhin mit den Turren und Zwischendurch kochen soll oder gleich kochen. Und es wird auch heute gar nichts Besonderes geben. Also kocht jetzt gar nicht frisch auf, sondern es gibt heute mal nur so ein paar Eierspätzle und quasi ein Sugo dazu. Also nichts weltbewegendes, aber für das erste Video sollte das mal reichen. Dafür gibt es nachher noch eine gute Nachspeise, aber dazu später. Dazu nehmen wir jetzt ganz einfach einmal die Spätzle. Dann reichen wir nachher auf. Ab in den Topf. Und dazu haben wir jetzt einmal ein Wasser und dann werden wir das Ganze einmal auf den Drang einschmeißen. So, mal zudecken. Ja, man soll die Hitze von dem Gas nicht unterschätzen. Da habe ich mir gleich mein Ding ein bisschen angekokelt. Da gehört auch wirklich ein Dampf raus. Da tue ich den Deckel drauf. Ja, das köchelt eh schon vor sich hin. Können wir schon ein bisschen zurücktrauen. Ja, wir werden das antrauen. Dann lassen wir das noch ein bisschen da drinnen. Dann öffnen die Säsche noch. In der Zwischenzeit werden wir das gleich öffnen. Dann werden sie das dann herrichten. Ja, und jetzt das drauf zum Mosaiken. Das geht natürlich auch gut. Das ist natürlich optimal für das. Sehr gut. So, heute haben wir ein schön Schüssel dabei. Okay. Das Ganze soll ja ein bisschen losgleichschauen. Ach, da gibt es genug zum Essen, Freunde. Da ist genug da. So, jetzt noch ein bisschen so gut. So, machen wir dabei zu, weil die Viecher sind schon lästig. Das Ganze noch einmal verfeinern. Mit einem Magi-Blau und ein bisschen Rosmarin. Ja, Freunde. Ich glaube, das Essen wäre fertig. Extrem verfeinert. Ja, und natürlich geht das Ganze natürlich auch verspeist. Und dazu sage ich jetzt einmal Malze. Perfekt, sage ich einmal wieder. Einfachste Gerichte. Ich weiß, ich weiß, ich bin fast fix fertig, aber trotzdem, ich finde es nicht schlecht. Ja, und zum guten Essen gehört natürlich auch was zum Trinken. Und da ich auch keinen Alkohol trinke. So, und für mich diese Energy ab und zu, einmal in der Woche, darf das sein. Prost. Und das Ganze natürlich wieder in ein Dschungelfilling, also, so wie es sein soll, ne? Ja, ich werde es jetzt in Ruhe fertig futtern. Dann gibt es die zweite Fuhr noch, das werde ich auch noch erledigen, weil ich habe heute noch nichts gegessen. Und das ist schon drei. Also, darf ich das? Jetzt gibt es nämlich einen Nachtisch. Da brauche ich mir ein bisschen heißes Wasser. Nämlich 150 Milliliter. Und vielleicht wisst ihr schon, was da kommt. Richtig. Ein Seelenwärmer für die Seele. Und hinten noch, gibt es heute aber wieder einmal ein Käfchen aus der Pialette. Auf den freue ich mich nämlich auch schon wieder. So. Wasser rüber. Und Kaffeemaschine drauf. So. Und da rein. So. Mein Käfchen ist auch schon soweit. Ja, mein Seelenwärmer mit einer Erdbeeren und zwei Inbeeren verzehrt. Mein Käfchen. Herrlich. Ja, Freunde. So schaut das jetzt aus. Und das werde ich jetzt einmal sich munten lassen. Kalorienpumpen quasi. Ein Kalorienpumpen quasi. Ein kleines Inbeeren. Optimal kann ich nur sagen, Leute. Natürlich wieder Trotz holen. Auch auf dem Kochkanal. An meine grönten Saison. Der erste Gruß. Und da werden meine Gesunden. Prost. Das Viechzeugs ist wieder lästig. Muss ich sagen. Alle Achtung. Die kennen sie wieder. Ihr wisst wahrscheinlich auch, was gut ist. Ja, Freunde. Ich sage einmal, das war's. Ich hoffe, solche Kochvideos zu sagen euch. Es kommt sicher noch was anderes aus. Also nicht immer nur fix fertiges. Der Hodder ist im Anblick schon im Wern. Da brauchen wir wieder einen gebrochenen Hodder. Den möchte ich mir auch machen noch. Ich sage auf alle Fälle, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen taugt, dieses Kochvideo. Vielleicht behalte ich das bei. Wollen wir mal schauen. Entscheidet sich ist, ob ich es bei Touren mitkochen soll. Oder eigene Kochvideos. Es gibt jetzt was anderes, auch immer, als wie das fixfertige. Aber ich denke einmal, für den Anfang war es nicht schlecht. In dem Sinne sage ich wieder, danke fürs Zuschauen. Fürs dabei sein. Mitgehend hat es halt diesmal nicht so weit. Aber trotzdem. Man sieht sich beim nächsten Mal. Und servast die Malen. Viert euch, die Buben.